Mein Name ist Sebastian Schmidt und bin geboren in Bamberg. Quasi von Bamberg, Würzburg, Regensburg, Weltkulturerbe, habe ich da alle mal durchgemacht. In der Zwischenzeit und bis heute war ich in verschiedensten Apotheken tätig, habe viele Erfahrungen, gute wie weniger gute, sammeln können und freue mich jetzt sehr, wieder hier zu sein in der Heimat. Für mich schließt sich der Kreis. Ich möchte für Sie da sein eben als Vor-Ort-Apotheker und ich möchte einen Service bieten, Montag bis Freitag von 8 bis 18.30 Uhr, Samstag von 8 bis 14 Uhr. Wir haben einen Botendienst, der kommt jetzt gerade wie auf Stichwort unser Herr Schramm, den kennen Sie alle, der jetzt auch in seinem neuen Auto durch die Gegend flitzt. So, wir haben am Donnerstagabend im Zuge der Neueröffnung oder Wiederbelebung der Breiten-Güßbach-Apotheke die geballte Politprominenz, die erste und dritte Bürgermeisterin der Gemeinde Breiten-Güßbach. Herzlich willkommen bei uns vor der Kamera. Frau Rheinfelder, die Zukunft der Breiten-Güßbach-Apotheke, der Nachversorgung hinsichtlich der Medizin ist gewährleistet durch den Herrn Dr. Schmidt, der die Apothek übernommen hat. Was hat es für Sie bedeutet? Ja, wir freuen uns ja alle über den Neustart und wie ich vorhin schon erwähnt habe, sind wir uns ja sicher, dass wir mit dem Herrn Dr. Schmidt in der Gemeinde Breiten-Güßbach jetzt sehr gut aufgestellt sind. Auch die dritte Bürgermeisterin ist heute da. Was bedeutet es für Sie, dass die Apotheke eine wahrscheinlich langfristige Nachfolge gesichert hat? Also für mich als dritte Bürgermeisterin ist es natürlich ganz, ganz toll, dass wir jetzt wieder einen Nachfolger haben und für unsere Bürger hier in Breiten-Güßbach eine Apotheke, die weiter gut funktioniert. Also das ist natürlich was ganz, was Tolles für uns hier in Breiten-Güßbach. So, hier ist der Herr Dr. Schmidt, der neue Pächter der Breiten-Güßbach-Apotheke. Pünktlich zur Beendigung der Eröffnungsfeier oder zum Übergang des geselligen Teils hört auch der Regen auf. Herr Dr. Schmidt, Sie haben heute den offiziellen Startschuss gegeben für die Nachfolge in die nächste Generation der Breiten-Güßbacher Apotheke. Was bedeutet es für Sie als Unternehmer persönlich, diesen Schritt in die erste Selbstständigkeit gegangen zu sein? Sehr viel, denn ich bin jetzt seit 16 Jahren Apotheker und es war immer ein großer Traum von mir, eine eigene Apotheke zu haben. Den habe ich mir jetzt erfüllt in meiner Heimat. Also es könnte gar nicht besser laufen für mich, weil ich natürlich auch Unterstützung von allen Seiten habe. Meine Eltern sind da, meine Geschwister sind da, die mir es natürlich auch leicht machen, hier den Schritt zu wagen. Was wünschen Sie sich von den Menschen da draußen? Ich wünsche mir, dass sie zahlreich kommen. Das Wichtigste ist für uns der Service und zwar der Rundum-Service. Vor-Ort-Apotheke ist das, was ich auch leben möchte. Und ja, ein offenes Ohr für alle Probleme und ein Service von Montag bis Samstag, rund um die Uhr auch online, wenn Sie möchten. Wir von 100% Bamberg, Herr Dr. Schmidt wünschen Ihnen ganz, ganz viel Erfolg für Ihre Neuapotheke. Wir sagen den Leuten da draußen, kommt fleißig hier nach Breitenküspach in die Apotheke und alles, alles Gute und danke, dass wir heute hier sein durften. Vielen Dank, Herr Paar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020